Hörsinfonie Hörgeräte Akustik Keller ist Ihr Fachgeschäft für gutes Hören. Wir finden optimale Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Haben Sie eine Verordnung vom Ohrenarzt erhalten, freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserem inhabergeführten Meisterbetrieb. Wir präsentieren Ihnen ein großes Angebot an verschiedenen Hörsystemen. Gehörschutz und Zubehör nehmen uns Zeit für Sie und beraten Sie ausführlich. Gemeinsam wählen wir unterschiedliche Hörsysteme. Vom Kassengerät bis zum High-End-Gerät können Sie jedes Gerät unverbindlich testen. Jedes Hörsystem passen wir individuell an. Für Otoplastiken oder im Ohrgeräte nehmen wir Abdrücke. Testen Sie anschließend Ihr Gerät im Alltag. Verschaffen Sie sich durch gutes Hören mehr Lebensqualität. Wir sind für Sie da und überprüfen Ihr Gerät regelmäßig.